Diese Videoreihe handelt über alle Tischtennisplätze in Wien. Themen wie Standort, Beschaffenheit des Tisches und relevante Netzhöhe werden in diesen zukünftigen Kurzvideos als Wiener Tischtennis Wikipedia gesehen sein. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert, daßt ein Like da. Wenn ihr Tischtennisplätze in diesem Bezirk noch kennt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Danke für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.